Der Säuling Ostgard, hier sieht man ihn. Und der Säuling Gipfel, ja das ist jetzt 3er 4er Kletterei und einmal haben wir schon geübt an der Kampenwand, so dass wir das heute schon hinbekommen müssen. Der erste Haken am Beginn der Klettertour, wir sind hier um 7.56 Uhr nach ca. 800 Höhenmeter, 500 mit dem Fahrrad und gute 300 zu Fuß jetzt bis zum Einstieg. Wieder Säuling ruft. Also wir haben jetzt hier einen Fels, da gibt es zwei Routen, 3 Plus und 4 Plus. Femi, was meinst du? 4 Plus. Sehr schön, toller Fels. Soار-Kreisgren Soaren-Kreisgren Soaren-Kreisrock Soaren-Kreis буде Soaren-Kreis resurreistor